Hallo und herzlich willkommen zu den Spezialfolgen von Yoshi's Island. Warum Spezialfolgen? Ganz einfach, weil wir in jeder Folge die Geheim- und Spezialwelten machen. Und auch hier gilt es 100% zu sammeln. Also würde ich sagen, fangen wir mit Geheim 1 an und schauen, was uns da erwartet. Also hinein! Geheim 1, bodenlose Frechheit. Wow! Wow! So, dann gucken wir mal, was es hier so gibt. Okay. Gefällt mir jetzt schon nicht. Na! Hier erkenne ich wieder mal nicht, was rote Münzen sind. Wenn es hier überhaupt welche gibt. Ja, ja, hier erkenne ich sie wieder nicht. Mist, mir fehlen die Eier. Ich bräuchte aber noch zwei. Weil ich kenne mich, ich bin kein guter Zieler. Aber ich kann es mal probieren. Hat getroffen. Sehr gut. So, jede Münze mitnehmen. Oh Gott, das war knapp. Okay. Dann nochmal. Warte, 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 das kriegen wir hin. Huch! Huch! Na dann. Schnell weiter, schnell weiter, schnell weiter. Okay. Okay. Nein, nein, ich will jetzt nicht sterben. Nein! Na, verdammt! Nein! Ach, Mist! So, aber jetzt. Hopps! Hopps! So, und jetzt versuchen nur... ...auf die Dinger hier zu treten. Am besten ein bisschen schneller. Gott, hat funktioniert. Geilo! Wir haben's! Och Gott. Oh nein, echt. Einfach sterben bleiben kann ich ja auch nicht. Nee, komm, hoch hier. Oh, wieso geht das nicht? Warte mal. Was ist da drin? Ein ab. Okay. Ist ja überhaupt nicht meins. Halt zurück. Wir können zurück. Wir können zurück. So. So. Ja. Ja. Alter. Macke da oben. Blümchen. Schluck. Muss mich das jetzt kümmern? Das Baby kommt doch zurück. Aber was ist das da? Huch! Nein! War das jetzt falsch oder richtig? Ach komm! Das ist doch gemein! Ach, warum machen die das? Ja, danke, dass das Bild so mitkommt. So. Verdammt. Die Tür bleibt uns jetzt unerforscht. Oh, nee. Wohin? Wohin? Oh, Gott sei dank! Knackenkacketreist hier alles. So. Sternenring? Nö, warum? Verdammt. Ich brauch die Eichen. Ich hab bloß noch eins. Verdammt! Sterne. Na klar. Ist ja auch lohnenswert. Ein paar Sterne hier. Ja. 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 Was wollt ihr jetzt von mir? Oh. Oh, da ist eine Blume. Wie komm ich... Wie... 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 Wie soll ich das machen? Nee. Irgendwie muss das aber funktionieren. Ah, nein! Nein! Ach, Yoshi, nein! Das war so knapp! Oh, verdammt. Okay. Ich schaff das noch. Ich schaff das noch. Na, geht doch. Geht nicht. Oh, verdammt. Gut. Das war ein Versuch. Oh, verdammt. Okay. Super. Blume haben wir. Hm, 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 hm. Äh. Gut. Danke. 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 Oh, ich kann die nicht schleckern. Ah, und das... Wette ich mit dir, ist eine... Na, ach. Ach, Mann, ich hab doch Items. Ich hab doch so viele Items. Warum nehm ich sie nicht? Ah, das fällt ja mir aber auch spät ein. Pass auf, das machen wir jetzt ganz einfach. Blume. Ach so. Krieg ich jetzt ein Ei? Nein, ich krieg sechse. Sehr gut. Sehr gut. Boah, Alter, bitte was? Äh, warte. Äh, was ist das bitte für ein Level? Das ist ja ungefähr. Ja, 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 ja. Ist ja überhaupt nicht ungefährlich, das Teil. Oh, wo soll ich denn hin? Hups. Hups. Oh, Yashi, schnell. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, komm ich da jetzt hoch ohne das Teil? Ja, komm ich. Und, haben wir alles? Ja, wir haben alles. Und. Ciao. Das erste Level abgeschlossen. Meine Güte, war das fies. Das war wirklich ein sehr gemeines Level. Das befriedigt mich gerade ungemein. Aber wirklich ungemein. Na, 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 na. Wir sind auf dem Weg zu tausend. Und. Ob's überhaupt was bringt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Bringt's bei mir. Inneren Frieden. So, Bella Mango. Wow, 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 wow. Ach, nein, echt. Oh, ich hasse es. Geht weg. Geht weg. Ey, Kumpel. Du auch hier? Halt, mach mal halblank. Ah, ja. Daran kann ich mich erinnern. Und das wird tierisch in die Hose gehen. Kommt der jetzt nicht mehr mit? Warum? Bello! Bello! Ach, da ist er ja. Nicht so schnell, bleib cool. Äh, hab ich jetzt alle roten Hunsen? Ne, ne? Würde mich nicht wundern, wenn ich jetzt einen übersehen hab. Aber warte mal. Warte, warte, warte. Komm mit, ich brauch dich. Ich brauch dich, du brauchst mich. Äh, hab ich jetzt alle roten Hunsen. Äh, hab ich jetzt alle roten Hunsen. Äh, hab ich jetzt alle roten Hunsen. Boah. Na was? Warum springst du? Kein Sternpreis, nichts. Nein, ich bin schon wieder geblieben. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh. Halt, renn doch nicht so. Warte doch erstmal, bis die Map kommt. Hey. Okay, hier kann man, hier kann ich ja wieder allein laufen. Oh. Und jetzt. Los, 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 los. Oh, und jetzt ruhig. Oh. Oh. Mann! Zurück. Und jetzt durch. Oh Gott. Oh. 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 Warum ist das nichts mehr? Oh. Oh Gott. Oh. 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 echt das das ist alles ich hätte schon längst fertig sein können so viele niederlagen kann ich gar nicht zeigen ich habe jetzt mindestens zehn versuche oder so gebraucht aber tausend punkte und wenn ihr das genauso nice findet dann lasst mir doch gerne ein däumchen da ich würde mich mega freundet dann würde ich sagen sehen wir uns bei der nächsten special folge von joshis island wieder und dann würde ich sagen bis dahin macht's gut ich wünsche euch was bei bei da 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 da